Das Evangelium für den 30. Juli steht aufgeschrieben bei Matthäus im 13. Kapitel. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fischer ans Ufer. Sie setzten sich, lasen die guten Fische aus und legten sie in Körbe. Die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen von den Gerechten trennen und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr das alle verstanden? Sie antworteten, ja. Da sagte er zu ihnen, Jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.